Hallo und herzlich willkommen zu einem Euro Truck Simulator Tutorial ich möchte euch zeigen wie man Geld schicken können als erstes gehe ich auf Start bei XP auf eigenen Dateien bei Windows 7 auf Dokumente dann gehe ich hier auf Euro Truck Simulator Save ähm dann habt ihr eure gespeicherten auf Folge sage ich jetzt einmal da klickt ihr drauf so dann auf Game das müsst ihr mit ähm eurem Editor öffnen das habe ich schon gemacht so dann scrollt ihr runter bis hier Money Account steht hier könnt ihr so viel machen wie ihr wollt also ich gebe jetzt mal 500.000 306 so dann geht auf bei äh Datei dann speichern bei Windows 7 könnt ihr da und dann kommt ihr so ein Fenster dann könnt ihr speichern so jetzt können wir ähm Euro Truck Simulator zu starten ähm ich werde noch andere Mods und alles um das dann auch noch mit Plänen also was heißt als Plänen aufnehmen ähm er hat zum Beispiel diesen Mod ähm Winter Mod oder wie man sich LKW schicken kann aus dem Spiel so oft Einzelnen hier laden wir die erste Mal die mit oder mein gespeichertes account und kompon Und siehe da, 500.326, ja, das hier ist mit Tork, ich kann es euch da zeigen, ja, okay, das war das Tutorial, ich hoffe euch hat es gefallen, und dann bis später.